Ich will es schon sehen. Ja, ja, safe. Nein, wir warten bis morgen. Nein, nein, nein. Nein, nein. Ich weiß nicht, ich kann es nicht warten. Als erstes die Kette. Weil dann kann ich sie direkt auch auf die hier anpingen. Das ist schon hart. Du hast auf jeden Fall nicht zu viel versprungen. Und dann hier oben so ein ... Die bunkelt schon mies. Vielleicht sagen die Chibi könnte der Mega. Krass oder ähnlich? Triebi. Genau. Weißt du, was du denkst, die kann man auch einfach mal ohne Anhänger anziehen oder so? Wobei mir jetzt auf der Weiß ist sicher ganz schön. Ja, ja, ja. Auf Weiß kommt es nicht so krass. Auf Schwarz kommt es immer viel krasser. Boah, schon sehr hart. Schon sehr hart. Wie zusammen in der Kombi. Mega. Die Länge ist auch perfekt. Jetzt kommen wir mal zum nächsten. Jetzt kommen wir zum größeren. Ja. Aber es freut mich mega. Das Wichtige an der Tennis ist, wie die hängt. Und ich bin gerade mega über ... Das war meine einzige Sorge, die wir bis jetzt halt nicht wussten, ob das passt. Wie die hängt. Boah. Mach auf, die ist schon da. Ich habe gar nicht gecheckt. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Nehme ich diese Kisten einfach raus, oder? Ja, ja. So, damit ihr nämlich alle euch nicht beschwert. Ja, was ist denn mit Corona? Gibt es kein Corona bei euch? Hier wird ein Schnelltest gemacht. Alles läuft. Ganzes. Wo hier wieder rumgeflennt wird. Alle Länge. Das ist schon was anderes. Ja. Wie gesagt. Was sollen die denn aufbauen, du? Ne, ich hab's vielleicht irgendwie einen Tisch oder so. Nein. Aber wofür denn einen Tisch aufbauen? Ich wusste ja nicht, was die dabei haben. Dann kommt der gestern nicht beraten. Er macht gleich so. Dann kommt auch der Fasser und dann wird hier so gefasst, der dann unten gelegt wird. Boah. Das ist die Jordan Scott. Von Kobo Raum. Die hat schon was. Aber vielleicht ist sie bei mir hier zu. Ihr seid unfassbar breit, ne? Ja, aber es bleibt der Stipe und der völlig in die Schuppe saß. Ich muss das gleich auf den richtigen Outfits dann sehen. Das ist ganz schlecht. Und Yves. Hey, was ging da gestern? Boah. Wie geht's dir? Das ist super. Wie ist denn chill das? Dann klappt das nicht. Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Was geht ab? Die Backstage-Geschichte. Die Backstage. Die Behind-the-Scenes. Geht schon los, oder was? Yes. Das ist okay? Ich bin auf diesem Boot-Film gar nicht gewesen, aber jetzt wo ich da war, irgendwie… irgendwie… Doch, geht schon. Ja, das ist geil. Doch, im Ganzen? Ja. Dadurch, dass auch die Hose gut drüberfällt. Ja, genau. Wenn das jetzt eng wäre, wäre Dings. Das ist ja eh dein… Dein Stuff ist hier. Was ist diese Dings? Das kannst du auch abprobieren. Das ist auch für dich eigentlich. Wer? Der kommt krass. Mit Weiß drunter. Fertig? Ja, ich bin fertig. Ich bin fertig. Gibt es irgendwas für mich? Irgendeine Anweise? Nicht irgendwas dran? Die Jungs drücken sich gleich unten. Okay. Aber das ist eigentlich deine Zeit auch schon direkt. Okay. Wir fangen mal ganz kurz mit ihm an. Dann geht's für mich los. Okay. Guck mal. Ich bin fertig. Boah, hart. Aber zeig mal, wie ich dann da… Weil ich hab sonst noch eine helle Jacke. Nein, die ist hart. Der ist sehr hart. Boah. Wenn du hier so hinguckst, siehst du ja… Alter, was ist das? Aber so ist krank. Krank. Richtig geil. Wirst du mit den Händen, wie geil das kommt? Safe, safe. Der kommt schon sehr hart. Koma, heisst das da muss eigentlich genau in dem Moment… Ich will richtig sagen… Okay, in the big club. Okay, in the big club. Okay, in the big club. Richtig. Wie der Witterkommt von einem so einem Ding. So ein Snoop Dogg-Plan. Gem wieder vorne, easy. Mitte runter, Natascha. Okay. Koma, heisst das da. OCB… Ich meine, in Deutschland echt… Bruder, diese CBD-Placebo ist ganz real. Ja? Du sagst, er ist das richtige Ort. Ich war so am Fliegen und dann sagt er jetzt CBD. Ich schau doch mal nicht an. Bruder, wenn du zu deinem Auto passt, mach rein. Ne, ne, danke. Diese Hose kommt eigentlich auch nicht schlecht, Bruder. Diese kommt auch krass, Bruder. Ey, was sagst du zu der Hose mit dem Hemd? Oder die Hose musst du safe tragen. Mit diesem Hemd. Mit dem Hemd noch besser, schwöre. Weil, sag dir wieso, weil das und das ist zu nah beieinander. Das ist ein geiler Ort. Sicher, aber die hier, die hier und dem hier. Was kostet das? 1,000? 350? Das ist von Dings. Huchenbock-Leder. Das mit dem Kosta 6 Millionen. Ich kenne 6 Millionen wert, sag ich dir. Cool, es geht schon. Die haben Huchenbock-Leder gemacht, deswegen. Auf Huchenbock-Basis preisgemacht. Du fährst Bottega-Leder an, du meinst, Bruder. Dann zahlst du 10 Millionen mit Liebe. Weißt das schon eigentlich? Weil, so ein verschiedener Meister. Boah, der kommt hart vielleicht, ne? Ey, wie man? Ja, Tricky. Boah, eh, Enak. Ist geil. Boah, ja, Mann. Die ist super, Bruder. Boah, ey. Wie gerade in drei Ländern. Boah. Meine Kohle, ich steh im Trend Corona. Bin ich ausgebucht bis September. Jeder Schatt ist ein Treffer. Bitch, ich hebe ab in meinem Tesla. Du kennst jede Hook, du kennst jeden Song, und das bestimmt nicht seit gestern. Komma heißt es da. O, C, B, P, Pa. Foto gehen mal start. Leute, ihr wisst nicht, das, was ihr hier seht, ist seit 10 Jahren mein Traum, es ist seit 10 Jahren mein Traum, das ist krank, für mich ist es unreal, dass sowas passiert, ich drehe mein eigenes Musikvideo, meine zweite Single, wer Liebe gibt, der gibt Liebe, wer Hate gibt, muah. Das war eine Probe, Bruder, ich wusste das, das ist Persisch, genau der war Persisch, der Dribbler, ne, der Dribbler, ja, ja, natürlich, das ist der Dings von, ich kenn den, 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 seitdem ich 6, 7 bin, ungefähr darf ich den gar nicht, oder du bist da rein, eingebrochen, oder, König der Dribbler, entweder dribbelst du, oder du wirst ausgedribbelt, was ist besser, entscheid du selber, entscheid das aber heute Abend, das ist auch ein ganz altes iranisches Sprichwort, das ist von einem persischen Dichter, der Dribbler wird nicht ausgedribbelt, genau, das ist von einem persischen Dichter, der heißt Hafez, Doktor Hafez, Megachi, keep the ball running, ganz genau. Abi, ich will auch mitmachen. Robin, ist ja majestätisch, er ist majestätisch, Robin, Diamanten auf der Brille sind schon wild, muss ich sagen, das ist schon die, das ist schon die, andere Baustelle, andere Baustelle, also in Chiline, in Pelein Jane, das ist Pelein Jane. Oh mein Gott, ich habe Post bekommen. Von wem, Jamal, von wem? Von www.hype... ...hype... 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 ...hype-needs.com. Hype-needs. Was sagen die, was sagen die, Jamal, was sagen die? Ich weiß es nicht, lass mich mal schauen. Ist das Geld? Ist das Weed? Hallo, Hype-needs? Was? Was ist die, Jamal? Was ist da los? Oh mein Gott. Da steht. Vielen Dank für deine Bestellung. Oh. 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 Bruder. Die Dinger kriegst du nur bei www.hype-needs.com. Ey, ey. Ich dropp aus dem Nichts eine Single. Geh viral in drei Ländern. Meine Kohle stimmt, trotz Corona bin ich ausgebucht bis September. Jeder Chat ist ein Treffer. Bitch, ich hebe ab in meinem Tesla. Du kennst jede Hook, du kennst jeden Song und das bestimmt nicht seit gestern. Komma hieß es da. OCB, Peppa. Foto, geh mal start. Kokos, gehen im Haar. Dominier den Markt. Modus, Mio, Charts. Stop, 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 stop. J1 ruft an. Yo, Bro.